Hallo Freunde, Servus, Herzlich Willkommen hier wieder mal zu einer Empfehlung, ja zu einer Empfehlung verschiedener Mods, die ihr unbedingt braucht, also ganz vor weggenommen, ihr braucht es natürlich und das ist mit einer der Mods, der genauso immer dabei war beim LS15 und jetzt endlich nach kurzem auch für den LS17 erschienen ist, nämlich der realistische Ladegewicht-Mod vom Modell Eicher, ihr braucht es den, es ist absolut genial und ihr braucht es den, der ist so einfach und so logisch, dass ich den gar nicht erklären brauche, ladet euch den runter und ihr werdet darauf achten müssen, mit was für einer Leistung und was für einem Schlepper ihr gewisse Hänger, Ballenhänger und so weiter zieht. Ist eine absolute Muss-Mod, die gibt es gar nicht anders, die entstammt aus dem LS13 More Realistic, das waren Zeiten, Freunde, Alter, das waren Zeiten, das waren echt heftige Zeiten, du zum Beispiel, More Realistic LS13, also entweder du hast es geliebt oder du hast es gehasst, aber es war absolut toll zu sehen, du zum Beispiel, was die Community mit den More Realistic Mods auf die Beine gestellt hat und dieser realistische Ladegewicht ist für mich eine absolute Empfehlung, es macht einfach viel mehr Spaß, wenn du merkst, du hast hinten Gewicht angehängt und du bist vielleicht mit deinem kleinen, keine Ahnung, Fan, 33er, irgendwo dann schon an der Leistungsgrenze zum Ziehen verschiedenster Geräte. Ich kann das nur wärmstens empfehlen, ich kann nur sagen, ladet euch das runter, ihr werdet es lieben, probiert es einfach, ihr müsst dazu nichts anderes tun, als wie hier das runterzuladen. Das ist quasi direkt Download, ich klicke da mal drauf, dann geht es ja auf Free Download, das ShareMods.com ist eine absolute weitere Top-Empfehlung, da kriegt der Modder mehr als wie beuploadet und ihr braucht es gleichzeitig kein Premium. Dann geht es ja nur mal auf Download File und dann wird es schon runtergeladen, Full Speed, das ganze Ding ist echt, echt riesig, wirklich wahnsinnig, wahnsinnig riesig, das Ding ist irgendwie, wie groß ist die Datei bitte? 25, what? Alter, wie groß das einfach ist? 28,5 kb? Scheiße, Wahnsinn. Also ihr werdet es hier Stunden mit dem Download verbringen, ich merke das jetzt schon. Und was nur ca. 30 Kilobyte ausmachen können für einen abnormalen krassen Unterschied beim Spielen, das werdet ihr sehen, wenn ihr euch den Mod runterladet und den Mod probiert es. Braucht wie gesagt keine weitere Erklärung, es gibt nichts, was man dazu noch sagen müsste, außer selbst ausprobieren. Natürlich ist nicht nur auf Mod Host einiges erschienen, es gibt mittlerweile auch weitere Mods hier auf Mod Hub. Genauso gut natürlich im Spiel direkt auf Mod Hub gehen, funktioniert auch, nämlich vom Vertex Design des Lichter dann. Fügt Blitzlicht, der und Tagfahrlicht Unterstützung hinzu. Was sehr schönes ist, das hat der IFCO auch gemacht, das ist beim IFCO nennt sich das Auto Turn Off. Wenn du in die Kurve blinkst und wieder zurück rangierst mit dem Lenkrad, dann geht der Blinker aus. Das ist natürlich ganz nett, das gefällt mir persönlich ganz gut, wenn er das macht. So, ansonsten gibt es natürlich von Giants MAN TGS Keeper Pack gibt es hier zum runterladen. Es gibt, was gibt es sonst noch? Conno TMK 227000. Fuel Usage finde ich auch ganz nett, habe ich das selber noch nicht probiert. Dann gibt es eben noch, was ich gerade angesprochen habe, vom IFCO Blinker automatisch abschalten. Wer sagt, der braucht kein Light Addon, der kann hier dieses benutzen. Funktioniert sehr gut, habe ich auch probiert. Keyboard Stil ist eine nette Geschichte für Leute, die sagen, ja, ich bin jetzt nicht so der Typ. Wie soll ich sagen? Jeder, der mit Dastatur spielt, der wird Keyboard Stil lieben. Da gibt es ein paar Geschichten. Zum Beispiel, was ich persönlich ganz cool finde an dem Mod, ist, die Kamera dreht sich passend zum Lenkeinschlag und in Fahrtrichtung. Das heißt, du schaust gleichzeitig, wenn du rechts lenkst, schaust du noch rechts und so weiter. Probiert es auch aus. Also das Ding ist auch irgendwie wahnsinnige, 31 Kilobyte klein und dementsprechend auch hier einfach mal probieren. Ihr werdet es mit wenigen Tasten hier, man sieht die Tasten hier aufgelistet, Umschalt E, Umschalt C, Umschalt R, sind dann auch schon die wichtigsten Tasten. Das komplett deaktivieren oder je nachdem, wie ihr das gerne hättet, können sie das nachher noch ingame konfigurieren. Ist wirklich einfach, ist wirklich eine tolle Geschichte. Wer sagt, er spielt mit Keyboard oder trotzdem auch mit Lenkrad und hat nicht Headtracking oder so, da könnt ihr mit der Kamera schon vieles, vieles machen. Ja, ansonsten sind noch ein paar Dinge erschienen, wie Quick Kamera, Kompass oder Scheunen, platzierbare weitere Objekte natürlich. Also hier tut sich was. Auch ein Gewicht von der Firma Fenty ist dabei. Hier tut sich was. Also hier ist echt was am Werden und täglich fast neue Maus im Mod Hub. Sehr schön, ja. Sehr schön. So, was haben wir hier noch? Zeigt den Treibstoffverbrauch von Fahrzeugen an, das macht es rechts unten, da sieht man es. Wird das hinzugefügt, wer es braucht, runterladen. Ansonsten einen schönen Start ins Wochenende, Freunde. Habe ich gehört, dass heute Freitag ist. Heute beginnt ungeblich das Wochenende. Schauen wir mal, ob wir das mitkriegen, dass das Wochenende beginnt und ich wünsche euch einen ruhigen Start ins Wochenende, einen schönen Start und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder irgendwas Cooles zu erzählen gibt. Bis dann, Freunde. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020